Psss. Das wollte ich immer mal machen. Ich fahr ja nach Kroatien und die Sachen da habe ich schon gepackt. Also mein Koffer ist schon zur Hälfte gepackt. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung, wie das wird, wird mega unangenehm. Findet euch ein Reelive-Freund, der hat keinen Ahnung, was ich für Videos mache. Also wird gut mit Videos. Ja, kommt, kommt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Alter, ich habe die ganze Zeit vergessen, meine Kamera mitzunehmen und zu filmen. Für mein Ding hier, für meinen Vlog. Der Profi, Digga! Aber hier habe ich mal mit an den Strang genommen. Ich weiß nicht, warum man da reinlaufen kann. Keine Ahnung, was das für ein Steg sein soll. Und da hinten, da, da ist Naturstrand so. Ist schon geil. Ich habe heute den Einziedlerkrebs auch gefangen. Ich habe gerade einfach den Einziedlerkrebs gefunden. Ich mag Moneten. Ich laufe da mal vor. Ist nur ein bisschen nass und rutschig. Mir egal. Das Wasser ist schon sehr klar. Also wenn man so... Ist schon geil. Da hinten pisst so ein Idiot. Wer pisst dich, du Ansohn? So, ich laufe jetzt nochmal da vorne hin. Ich habe auch die besten Schuhe dafür an. Also... Der NMD City Sock. Das sind die besten Schuhe rum aufsteuern, um zu klettern. Genau. Meine Füße werden glaube ich nass, wenn ich hier bin. Ich würde gerne da vorne hingehen, aber da ist Wasser. Gar keinen Bock jetzt nass zu werden. Aha. Nice. Ich bin vorhin aufgewacht. Heute müsste glaube ich der Viertetag sein. War jetzt noch duschen und habe Tänne geputzt. Yay. Ich steig gerade auch mein Video weiter, aber das wird mega kacke. In der Tat. Ich glaube ich lege mich jetzt erstmal in die Sonne. Später geht es eh wieder ans Meer. Und da ist eine Minispirne. Vielleicht seht ihr die? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Cool. Es ist schon krass hell und warm. Ja. GG. Ja, wir haben einfach den Ball vergessen zum Fußballspielen. Jetzt sind wir am Strand. Yay. Es ist gerade 12 Uhr. Aber ich nehme jetzt noch ein Short auf. Und ich habe noch was für euch. Wartet kurz. Ich hole jetzt meine Hosentasche. Ich nehme jetzt mal ein Video auf. Ich habe einfach die Brille mit dem maximalen Drip. Ich habe mir einfach so eine neue Brille Towerberry gekauft. Und darüber mache ich jetzt einfach ein Kack-Video. Holy Shit. Und nicht vergessen, ihr müsst mich abonnieren und mich zu de-abonnieren. So, das Video ist jetzt fertig gedreht. Ich werde jetzt anfangen, es zu schneiden. Wird wieder um die zwei Stunden dauern. Gar keinen Bock, bis zwei zu schneiden. Ich bin's Tim. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Irgendwann. Ich hoffe nie wieder. Tschüss. Wir wollen heute einkaufen. Was ist der Unterschied zwischen mir und dem Einkaufsladen? Richtig. Der Einkaufsladen hat Eier. Wollen wir das sagen? Let's go nach. Robin. Juhu. Hier sehen wir eine Kirche. Oder wie es manche von euch sagen würden. Eine Kirche. Hier sieht man meine ganzen Boote. Die ich mir durch meinen YouTube Money schon leisten konnte. Oh ja. Oh ja. Einfach Albert Stoned. Ihr müsst hier ficken.